So, Leute und Willkommen zurück zu Pokemon Bloody Platinum. Yay! Wir sind wieder hier an der gleichen Stelle wie gestern und dem Typen hätte ich auswählen können. Toll! Ja, und da ist ja gestern nur so ein kleines Ankündigungsvideo, das war ja eine ganz normale Folge, plus ein paar kleine Ankündigungen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ähm, wird heute mehr kommen. Ja! Ich freue mich schon drauf. Ähm, wir werden die Siegesstraße machen und den Rivalen und dann werde ich trainieren und werde versuchen, dass ich direkt heute Abend, ich werde die zwei Videos, also Siegesstraße und den Rivalen dann direkt hochladen, und dann werde ich nochmal trainieren und werde schonmal Herbaru machen. Und ich denke mal, alle Pokemon bis Level 90? Und, 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 äh, nein, okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich bin falsch. Juh, deine Pokemon kennt Karate. Yay! Und da hätte ich jetzt zum Beispiel meinen Kram-Ox, Kram-Chef, gebraucht. Aber egal. Ich krieg's auch so hin. Donner. 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 Ach ja, ähm, und wie gesagt, das Spiel ist fast vorbei. Und ich wurde von Eric Styler gefragt, der mir auch das mit dem Quapo gesagt hat, äh, mit dem Quaxo, ähm, ob ich das mit dem Überlebensareal und sowas mache. Ich weiß es noch nicht, weil, ich wollte das Spiel erstmal abschließen, äh, abschließen, nicht abschließen, ähm, damit ich dann erstmal meine Ruhe vor diesem Spiel hab, ähm, und vielleicht ein paar Wochen. Aber jetzt erstmal dann nicht. Ich werd mich dann erstmal auf Köpfchen Adventure konzentrieren, sobald Mario Bros. und das, was jetzt erstmal ansteht. Aber nicht traurig sein, wenn ich es schaffe, werd ich natürlich das dann noch machen. So, was Bescheures. Ja, ich schlose immer noch. Ja, genau. Wieso was kennt das? Reicht mir, reicht, mir, ist eure Option. BAM 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 NEIN Ok, weiter BAMs Simsona, yay Ähm Na, also ich werd trainieren und dann werd ich in der Nacht dann schon The little girl Äh, the little boy named Tebaro Hochladen Ihr werdet dann Es dauert, glaub ich, wieder ewig, bis ich da überhaupt mal alle Pokémon bis Level 80 hab Es hat ja schon ewig gedauert, bis ich alle bis Level 75 hatte Und Level 80 Ich weiß ja nicht mal, welche Pokémon der hat Ich weiß ja nicht mal, welche Pokémon die, ähm allgemein haben also ich bin total uninformiert also ich hab zwar geguckt im Internet da stand, die haben die legendären also die Lies das in der war schon etwas geschockt Nein, 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 nein Schlecher, schlecher, schlecher Ich hab keinen Bock mehr zu kämpfen Ich hab keinen Bock mehr zu kämpfen Ich bin zu doof Ach, ne, oder? Oh, hä? anoah Ich glaub, ich brauch doch wieder Zwei Videos Wir haben aber trotzdem dann wenn ich ich noch kreischy auch wenn dann trotzdem noch wird auf jeden Fall bisher Baruch mit stellen spätestens am Dienstag vielleicht sogar schon am Sonntag fertig ich muss durch hier lang ich habe keine Ahnung mehr ich habe wirklich keine Ahnung mehr oh ne jetzt kommt der auch noch und ich hab meine Pokémon nicht gedingst wartet, wartet Relebo Bucario Bucario ist nämlich der tolle Typ mit Drachenpult und yeah cool noch nie ne es wär mir wirklich sehr lieb wenn und alle die normalen Pokémon haben, die sie sonst auch haben weil das wär echt viel einfacher oh ne ne die 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 Karriere kann man mit dem Drachenpult und jetzt wird ja immer schlimmer lieber auf das bringt nicht viel ich hab keine ahnung obwohl das bringt auch nicht viel so noch mal beleber noch mal auf kario ich muss mir wirklich beleber zu zu kaufen nein ich werde mir beleber zu kaufen voll bescheuert na klar werde ich mir beleber zu kaufen nein mit dem kampf gegen cyrus in der zerwelt habe ich sehr viele beleber verbraucht ja bin ich irgendwann angekommen ich habe doch einfach haben können ja natürlich so was liebe ich an dem spiel auch näher auch ich habe ich verlaufen muss ich gar nicht lang ich glaube ich muss da Leute den opi machen wir in der nächsten folge oder jetzt gleich bis gleich ciao